Chat-GPT und zwei der Einsatzmöglichkeiten von KI-Chatbots habe ich in dieser Staffel schon besprochen. Doch das ist noch lange nicht alles. Es gibt verschiedene Tools, die Einfluss auf deine Fahrt noch haben. Eins davon nehme ich wie in dieser Episode unter die Lupe, damit du noch besser verhandeln kannst. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andi Schrader und wenn dies deine erste Episode meines Podcasts ist, dann lautet mein erster Tipp für dich, setz mindestens eine Sache um, die du hier bei mir hörst und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Woran denkst du, wenn du Crystal hörst? Serienjunkies werden an Breaking Bad denken, denn die Droge, mit der dort hauptsächlich Geld verdient wird, ist Crystal Math. Programmierer denken vielleicht an die Programmiersprache, Bierfans an das Bier aus dem Hause Budweiser, Filmfans denken an Billy Crystal, den Schauspieler, andere wiederum denken vielleicht, dass ich einen Sprachfehler habe und Crystal falsch ausspreche oder den Frauennamen Crystal falsch betone. Nun könnte diese Einleitung ebenso gut für eine Episode über Framing genutzt werden, wird sie nur nicht, zumindest nicht direkt. Was ich meine, wenn ich hier heute über Crystal spreche, ist das Tool, welches du über die Seite crystalknows.com ansteuern kannst. Personality Data for Everyone You Meet In an AI-dominated world, human relationships matter more than ever. That's where Crystal comes in. So steht's auf der Homepage geschrieben. Logischerweise benötigst du einen Account, um dieses Tool zu nutzen und den kannst du auch recht easy kostenlos anlegen. Als Freeware erhältst du 10 Profile Views, auf die ich später eingehe. Das Tool kannst du als Erweiterung im Chrome-Browser oder als browserbasierte App nutzen. Ich habe erstmal ein eigenes Profil erstellt und es Andy genannt. Wieso das wichtig ist, wird dir später klar werden. In dem Account kannst du verschiedene Assessments durchlaufen und erhältst dadurch einen interessanten, natürlich leicht oberflächigen ersten Eindruck. Ich gehe mal davon aus, dass du mindestens einen dieser Tests schon mal irgendwo absolviert hast. Daher wird der Aha-Effekt etwas geringer ausfallen. Disk Profile, eine leicht eingeschränkte Art des Myers-Briggs Type Indicator, also des MBTI-Tests, sowie die Big Five sind in der Free-Version mit inkludiert. Die Ergebnisse stimmen ungefähr mit denen überein, die ich an verschiedenen anderen Stellen durchlaufen habe. Also an dieser Stelle schon mal eine Empfehlung. Denn auch wenn diese Persönlichkeitstests nie 100% stimmig sind und im Vergleich mit einem professionellen psychologischen Gutachten natürlich nur sehr oberflächlich sind, helfen dir die Erkenntnisse erstmal weiter, um sich ein mehr oder weniger gutes Bild von sich selbst zu machen. Laut MBTI bin ich übrigens ein ENTP und lese daneben den Satz. Und wenn du mich schon wenig kennst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dieser Einschätzung zustimmen wirst. So weit, so gut. Nur da ist noch wenig Magie erkennbar. Die kommt in Kombination mit LinkedIn ins Spiel. Unter der Rubrik Profiles kannst du nämlich über die Eingabe der LinkedIn-URL ein Profil der entsprechenden Person erstellen lassen. Und naja, entweder liegt es an dem Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung oder daran, dass meine Testergebnisse etwas einfacher in Schubladen zu stecken sind, als das, was mein LinkedIn-Profil aussagt. Denn allein schon mein Diss sagt etwas anders aus. Im Selbsttest bin ich, als Andi, als Initiator mit 65% im roten, dem dominanten Bereich eingeordnet. Auf LinkedIn, als Andreas, eher mit 61% im gelben, dem initiativen Bereich eingeordnet. Und zwar als sogenannter Encourager. Und das sagt laut Crystal Noes folgendes aus. 3. Confidently approaching new people. 4. Taking charge of situations when needed. 5. Using a goal-oriented approach to assigning work, omitting unnecessary details. Encouragers like Andreas are in the upper far-right region of the personality map, which means they have a slight tendency to shape and control their environment and a strong preference for warmth and connection in their interactions with others. In groups, encouragers can be most effective. 1. Enthusiastically entertaining those around them too. Using verbal inspiration to motivate others. 3. Showing optimism in most situations. 4. Creating novel solutions to challenging problems. 5. Solving problems by involving others in open discussion. Okay, so viel schon mal dazu. Wenn du dann weiter runter scrollst, kannst du Playbooks erstellen lassen. Ich habe die Templates für Closing, Account Management und Sales Negotiation ausgewählt. Die Playbooks an sich sind etwas unterschiedlich aufgebaut, beinhalten jedoch auch wiederkehrende Elemente. Das ist wenig verwunderlich, denn manche Eigenschaften sind auch in anderen, nennen wir sie mal Disziplinen, wichtig. Ich bleibe hier erstmal beim Sales Negotiation Playbook. Dieses enthält folgende Rubriken. Negotiation Style, Discuss Pricing, Say No, Follow Up und die Relationship Matrix. Basierend auf meinen eigenen Angaben ist mein Negotiation Style, der Ratschlag für Discuss Pricing, Und für das Follow Up sollte ich so lange gefragt werden, bis ich eine klare Antwort gebe. Und zwar auf eine Frage wie zum Beispiel Bei meinem LinkedIn-Profil schaut's so aus. Negotiation Style Likely to be open-minded to the other party's perspective. Discuss Pricing, do this. Share Pricing verbally first, then write it down, say. Here's what some similar companies are paying. Say no, do this. Offer up something different, by saying, That's not an option right now, but how about this? Und für das Follow Up Focus on building the relationship, rather than short-term action, by using a sentence like This process takes time, and I want to make myself available every step of the way. Was ich eben noch nicht erwähnt hatte, ist die Relationship Matrix, bei der folgenden Text zu lesen ist. Andy and Andreas both tend to think outside the box and feel comfortable with risk. However, Andreas tends to be more comfortable adapting to their environment than Andy, who generally likes to have control over their environment. Interessant. Und welche Schlüsse ziehe ich jetzt aus? Nun, grundsätzlich sind die Handlungsempfehlungen gut und hilfreich, denn das, was ich gelesen habe, könnte schon dafür sorgen, dass du als mein Verhandlungspartner es etwas einfacher mit mir hast, sofern du es denn richtig einsetzt. Und wir könnten vielleicht diskutieren, ob die inhaltliche Tiefe ausreicht oder ob Empfehlungen à la eine Alternative vorzuschlagen und etwas anderes anzubieten, nicht redundant sind. Daher bin ich auch nicht so 100% zufrieden mit der Free-Version von Crystal Knows. Was die Bezahlversion noch an Inhalten liefert, kann und möchte ich hier noch nicht bekannt geben. Der aktuelle Preis liegt bei 588 US Dollar im Jahr. Da ich noch nicht zu 100% von dem Tool überzeugt bin, rate ich auch eher dazu, die Free-Version zu nutzen, damit du dich selber so ein bisschen mit dir selbst auseinandersetzen kannst, denn dafür finde ich das Ganze schon recht cool. Solltest du diese Investition tätigen wollen, dann lass mich gern wissen, wie zufrieden du damit bist. Welche Impulse liefert dir nun diese Episode? Ich komme auf die folgenden. Selbst- und Fremdwahrnehmung sind noch immer zwei unterschiedliche Paar Schuhe, wie meine Mutter immer zusammenflegt. Es ist daher durchaus empfehlenswert, solche Assessments zu durchlaufen und sich gegebenenfalls auch mal von anderen, zum Beispiel Fremden, beziehungsweise Unabhängigen und vor allem professionell in diesem Bereich ausgebildeten Menschen deines Vertrauens analysieren zu lassen. Dazu kommt noch, kennst du dich selbst, kannst du dich in vielen Situationen besser steuern. Informationsgewinnungswerkzeuge ist nicht nur ein typisch deutsches Wort, sondern im Fall von Crystal Nose auch eine gute Hilfestellung für deine Vorbereitung. Der in meinen Augen wichtigste Punkt dabei ist jedoch, bedenke unbedingt, dass es Annahmen sind, die idealerweise während der Verhandlung am Tisch verifiziert werden. Es sind keine Fakten, solange sie nicht eindeutig bestätigt sind. Berücksichtigst du mindestens einen dieser Punkte im Rahmen deiner nächsten Verhandlung, wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Und wenn du das hier auf Spotify hörst, dann klick doch in den Shownotes dieser Episode mal auf die Umfrage. Noch dankbarer wäre ich dir natürlich, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Besten Gruß und bis bald. Dein Andi.